Musik Scholem Aleichem. Heint wollen wir reden wegen dem bekanntesten Badchen in der jüdischen Volkskunst, Elikum Zunzer. Er ist geboren geworden, die macht den 20. Oktober 1840 in Wilne, in ein nachtes Dicker, aber verurteilter Mischpuche. Denn heute hat schon begleitet seine ganze Kindschaft und die Jugend. Er bei Parnoses wird verhaftet von den Kappers von Rekruten. Wie es trifft sich aber nicht selten bei schafferischer Natur, ob die alle Schwierigkeiten und Wanderungen gegeben, einen Impuls für sein Talent sich zu entblecken wie als Sänger und Verfasser von Lieder. In 1861 hat Zunzer sich besetzt in Wilne und geworden ein professioneller Badchen. In Ayurah-Rim ist er heute seine erste Lieder-Sammlung, Schirem Chedoshem, wo es auch das Sach beigetrogen zu sein Popularität. In 1871 hat er in 1871 getroffen. Er ist ein größer Blick. Bei der Schule sind alle vier Kinder, in 1871 gestorben alle seine vier Kinder. Auf der Reize von Rebes Ruhl Salanter hat er sich ein Ribergezeugen in Minsk. In Minsk wird sein Haus, ein kultureller Zentrum für die Orte von Moskielen in Chives ziehen. Zu jener Zeit gehört sein bekanntes Lied die Soche, wie ein Ruf, sich zu nehmen bei Arbeiten der eigenen Erde. Bei euch die Lieder zu unserem Vaterland, die jahre, Agnesis Kalle und andere. In 1889 verbeten wir mit Zunzer, aufzutreten in Amerika, wo es wird sein Heim bis den letzten Tag von dem Leben. Elikum Zunzer ist gestorben in 1813. Moisheleb Halpern hat in sein treuer Lied auf Zunzers frischen Käfer geschrieben. Das kleine Lied, was du hast ungezunden Glied, es lebt und klingt in uns, dann ist der Sungen Lied. Sungen Lied. Sungen Lied. Sungen Lied. Sungen Lied. Sungen Lied.